was geht ab und was geht down und herzlich willkommen zu einem neuen video und heute ohne großes intro ohne alles zeige ich euch die drei plätze die drei phasen wo ihr landen müsst zum einen hier zum beispiel im ersten video auch gleich bei der raven statue einfach davor kurz landen kurzen emote auslösen aufpassen dass ihr nicht gesneakt werdet von den gegnern da kommt schon der erste der hier auf die schnauze will nehmt ihr euch hier die waffe direkt mit der scar in sein face wenn er euch angreift da hat er das auch schon getan und das war's dann auch für ihn komplett wie gesagt einfach kurz hier landen und dann ab schon zur nächsten phase meine friends alle die nächste phase ist tanze zwischen drei dinos die befinden sich hier ja bei paradise palms und zwischen lucky landing wird jetzt einfach mal fast sagen er geht hier kurz hier in die mitte zwischen den drei dinosauriern einfach mal kurz testen den blick ja das sind drei stück meine friends und der land ihr hier und wird einfach auch kurz immer aus und hat auch diese phase abgeschlossen ist natürlich auch dann aus der runde raus im legalen fall lasst euch töten oder wie auch immer oder bringt die runde zu ende wie ihr wollt und ab zur phase nummer drei meine friends so in der dritten phase sind wir hier bei den heißen quellen müsst ihr einmal kurz zwischen den vier stück landen einen kurzen emote ausführen und dann habt ihr auch diese phase abgeschlossen und die komplette herausforderung gemeistert und wenn euch das video geholfen hat lasst auf jeden fall mal ein like da abonniert den kanal um zu supporten und am gewinnspiel teilzunehmen ihr wisst bescheid bis zum nächsten video meine freundlichen 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 freund